Das Ziel des Balking ist es, Muskelmasse aufzubauen und an Größe und Stärke zuzulegen. Durch einen Kalorienüberschuss und ein intensives Krafttraining wird der Körper in die Lage versetzt, Muskelmasse zu entwickeln und den Muskelaufbau zu maximieren. Beim Balking ist es wichtig, sich auf ein intensives Krafttraining zu konzentrieren, das den Muskelaufbau fördert. Schwere Gewichte mit moderaten bis niedrigen Wiederholungszahlen und ausreichende Ruhezeiten zwischen den Sätzen sind entscheidend, um Muskelwachstum zu stimulieren. Ein Split-Training, das verschiedene Muskelgruppen an verschiedenen Tagen anspricht, kann effektiv sein, um eine ausgewogene Entwicklung zu fördern. Die Ernährung beim Balking sollte einen Kalorienüberschuss beinhalten, um den Muskelaufbau zu unterstützen. Es ist wichtig, eine ausgewogene Ernährung mit einem Fokus auf proteinreiche Lebensmittel wie Hühnchen, Fisch, mageres Fleisch, Eier, Milchprodukte und pflanzliche Proteinquellen zu konsumieren. Kohlenhydrate aus Vollkornprodukten, Obst und Gemüse liefern die Energie, die für das Training und die Muskelregeneration benötigt wird. Gesunde Fette aus Nüssen, Samen, Avocado und fettem Fisch tragen zur allgemeinen Gesundheit und zur Aufrechterhaltung eines angemessenen Kalorienüberschusses bei. Es ist wichtig, regelmäßige Mahlzeiten einzunehmen und den Kalorienverbrauch durch Nahrungsergänzungsmittel wie Proteinshakes und gesunde Snacks zwischen den Mahlzeiten zu erhöhen. ZEISSEN 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 Untertitelung des ZDF, 2020